Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin unter der Range. Endlich gab es mal ein bisschen Bewegung. Wir haben es leider nicht mehr hier oben über die Marke von 30.400 US-Dollar geschafft. Wir sind direkt runter Richtung 28.800 US-Dollar gegangen. Das heißt grundsätzlich unsere Long-Zone, warum gestern dann kein Signal mehr kam, werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und wie jetzt der weitere Fahrplan ist. Ob wir jetzt möglicherweise die perfekte Long-Möglichkeit jetzt in den nächsten Tagen kriegen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonnierst den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer kostenlos natürlich unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gibt es die Aktion bei BingX. Ihr könnt bis zu 50 US-DT als Free-Bonus bekommen ohne jegliche Pflichten, die ihr da eingehen müsst. Das einzige was ist, ihr müsst 100 US-DT einzahlen. Das ist einfach so ein kleiner Botschutz. Das ist die einzige Hürde, die ihr habt. Und dann könnt ihr die Exchange testen. Seit gestern gibt es da übrigens auch einen Dark-Mode. Wurde auch mal in der Zeit. Man hat lange genug hier drauf hingefiebert. Also testet es auf jeden Fall gerne aus. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir in die Analyse rein. Wie gesagt, gestern sind wir ein bisschen runtergekracht auf knapp 28.800 US-Dollar in der Spitze. Momentan konsolidieren wir so ein bisschen bei 29.100 US-Dollar. Wir haben es, wie gesagt, am Wochenende nicht mehr geschafft, hier oben diesen Breaker hier zu durchbrechen. Bei 30.400 US-Dollar sind wir knapp da hochgekommen und wurden wieder abverkauft. Also das heißt eher so ein False-Move wieder nach oben. Ich habe ja eigentlich dazu gesagt, meine Idee dahinter ist, wir brechen hier oben durch, kommen nochmal hoch Richtung 31K und brechen dann erst nach unten in die Region um 29.000 bis 28.800 US-Dollar. Ist jetzt anders gekommen, schade um den Short hier oben, schade um weitere Trades, die wir da oben hätten eingehen können. Aber gut, ist halt nun mal so, hier war es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, nachdem wir hier schon drei, vier Mal an dieser Zone drin waren. Das heißt, es war nicht mehr viel Liquidität in dieser Zone drin, die dafür hätte sorgen können, dass wir im Endeffekt auch komplett nach oben hin durchgebrochen wären. Auf jeden Fall gab es dann jetzt gestern diesen Abverkauf, wir konsolidieren hier, wir hatten diese 1-Stunden-Bullish-Divergence, wie ihr hier ganz gut seht, die noch nicht so wirklich derzeit gezündet hat. Also hier müssen wir noch ein bisschen abwarten, kann sein und das ist jetzt so der nächste Step, wo ich jetzt denke, wie es jetzt weitergehen könnte, dass wir hier nochmal hochkommen in Richtung 29.500, 29.600. Wir haben hier die Ineffizienz, das ist diese grüne Box und eine Supply Zone. Das heißt, wir haben hier oben einen schönen Widerstand, der reinkommen könnte, um dann gegebenenfalls nochmal abzuverkaufen und dann uns eine riesige Long-Möglichkeit zu geben. Wir ziehen hier nochmal ganz kurz das FIP-Level, weil hier auch noch so ein kleiner Bereich ist, auf den wir vielleicht achten sollten und das ist das Golden Pocket hier bei 29.500. Das heißt, eine Short-Area haben wir hier circa zwischen 29.500 und 29.800 US-Dollar. Das ist die Zone, die wir im Blick behalten sollten, bevor wir dann möglicherweise den nächsten Move nach unten hinkriegen und der nächste Move, wo könnte der hinführen? Auch darüber haben wir letzte Woche schon mal gesprochen, nur in einem anderen Plan im Endeffekt, wo ich gesagt habe, okay, die 31K könnten nochmal geholt werden, dass wir dann runter Richtung 27.600 US-Dollar gehen. Und wir haben eine Long-Position bei 25K noch offen, das wisst ihr ja mittlerweile und die werde ich hier unten verdoppeln. Also sollten wir Richtung 27.600 US-Dollar kommen, werde ich die auf jeden Fall verdoppeln. Wir haben hier unten das Golden Pocket bei 27.478 US-Dollar liegen bis circa 27.200 und wir haben momentan Entry von 25K. Das heißt, unser Entry würde sich auf ungefähr, ich sage jetzt mal 26.2 hier unten, also am 0.786, sage ich mal, bestätigen, beziehungsweise ein neuer Entry sein. Das heißt, wir haben immer noch genügend Luft, sollte da auch eine größere Abwärtsbewegung auf jeden Fall kommen. Was auch noch dazu kommt, ihr wisst, Traders Reality oder gibt es immer so, ich sage jetzt mal, drei Abverkäufe, die wir uns hier im Blick behalten sollten. Wir hatten jetzt hier einen schönen Vektor-Candle, also das heißt, die könnte auch noch gefüllt werden. Die Psi-Range müssen wir uns mal ganz kurz auf einen 1-Stunden-Tab-Chart angucken. Wir hatten das Fake-Out nach oben, das war dieser Move Richtung 30.4, wo wir gerade drüber gesprochen hatten und dann ging es mit einer Vektor-Candle nach unten. Könnte natürlich auch alles nur False-Move-Mande gewesen sein. Ihr wisst, morgen fett Zinsentscheidung und sowas, wobei das schon ziemlich eingepreist ist. Auf jeden Fall, um auf diese Theorie zurückgekommen, mit drei Abverkäufen, erster Abverkauf, lange Konsolidierung, zweiter Abverkauf, das könnte dann eben hier dann der dritte nach unten in Richtung 27.500 US-Dollar werden. Also ganz klar, jetzt erst einmal hier Short-Long-Signal, warte ich hier ganz ehrlich auch noch ein bisschen, sollten wir nochmal ein tieferes Tief kriegen, weil es möglich ist, dass wir eine Triple-Bullish-Divergence noch kriegen. Wir haben hier schon sehr, sehr viel Volumen in diesen Bereich reinbekommen, das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir nochmal einen letzten Abverkauf sehen. Und dann würde ich mich eher so darauf spezialisieren, hier nochmal einen Long reinzugehen, 28.800, dann die Gegenbewegung mit einem Short-Hedge dann einfach nochmal mitzumachen und dann die Bewegung Richtung 27.500 US-Dollar mitzunehmen. Und die Chance hier unten, die will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, weil das könnte wirklich erst einmal die letzte sein, bevor wir dann wirklich eine nachhaltige Gegenbewegung nach oben hin bekommen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum, auch hier leider nicht mehr so weit gekommen, hier sind wir sogar ein bisschen eher abgekackt, hier war ja das Ziel grundsätzlich mal die 1.920 rum, ist nicht so erreicht worden. Wir haben oben immer noch das schöne Void, die Range ist durchbrochen, also auch hier tut sich sehr, sehr wenig. Der nächste Support, den wir haben, liegt hier unten bei 1.817 US-Dollar derzeit, aber auch wenn Bitcoin hier tiefer fällt, dann sehe ich Ethereum eher hier unten bei ungefähr 1.730. Das ist so die Zone, ungefähr vergleichbar mit Bitcoin-Golden-Pocket. Wir könnten hier das Golden-Pocket mal ziehen, aber ich glaube, das macht hier wenig Sinn, weil wir glaube ich bei Bitcoin nochmal ein bisschen tiefer sind. Ja, wobei, ja, doch, passt schon. Also 1.782 wäre das Golden-Pocket, bei Ethereum glaube ich aber nicht, dass das hält. Wir haben hier eine schöne Ineffizienz und bei Bitcoin passt eben die Ineffizienz perfekt mit dem Golden-Pocket überein, bei Ethereum nicht. Deswegen gehe ich bei Ethereum deutlich von tieferen Kursen erst einmal aus, dass wir hier unten gegebenenfalls dann, wie gesagt, die Marke von 1.717 bis 1.735 testen. Wäre jetzt auch nicht wirklich sonderlich schlimm, aber das wäre so die nächste Support-Zone, wo ich sagen würde, okay, da könnte dann ein längerer Swing-Long reingehen. Denn ansonsten, gleiches Spiel wie bei Bitcoin, derzeit ein bisschen eine kurze Gegenbewegung nach oben ist auf jeden Fall nochmal drin, so in Richtung 1.862. Mehr sehe ich aber hier generell gerade nicht und mir gefällt diese ganze Struktur nicht wirklich gut, muss ich sagen. Wir haben bei Bitcoin klar die perfekten eigentlich zwei Abverkäufe bisher gesehen. Bei Ethereum haben wir den ersten Abverkauf, eher so ein Downtrend, der sich dann hier etabliert hat und ich weiß nicht, ob ich das schon als zweiten Abverkauf werten lassen wollen würde. Also gefällt mir charttechnisch überhaupt nicht. Eventuell sollte bei Bitcoin nochmal ein tieferes Tief in Richtung 28.8 kommen und Ethereum geht hier nochmal runter Richtung 1.819 bis 1.824. Können wir nochmal einen Long probieren, vielleicht nochmal so bis 1.860, 1.880, aber dann gehe ich auch davon aus, dass wir hier nochmal einen letzten größeren Abverkauf nach unten hin sehen. Ansonsten tut sich derzeit reichlich wenig, wir gucken mal ganz kurz auf den DXY, der weiterhin hier ein bisschen rumdümpelt. Also die Märkte an sich auch sehr, sehr wenig Bewegung derzeit noch. Ich denke, wird vieles morgen dann auf den Fettzinsentscheid blicken. Nochmal zur Info, es gehen ungefähr 99% davon aus, war es zumindest gestern so, dass wir hier eine Zinserhöhung bekommen. Und da sehen wir auch, okay, 98,9%, sogar 1,1% gehen sogar von 0,5% aus, aber das sehe ich derzeit einfach nicht. Also das ist eingepriesen, vielleicht war das gestern oder heute Nacht dann nochmal der Abverkauf für eben diesen Fettzinsentscheid. Schauen wir mal, was dazu kommt, gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Morgen weiterer Dampf durch die Zinsentscheidung oder einfach weiter seitwärts, wir holen uns das Golden Pocket und dann to the moon. Schreibt es gerne mal in die Kommentare unten rein. Ansonsten bleibt von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Like da lassen, Abo da lassen und sollte es noch irgendwas Wichtiges geben, werde ich euch da auf jeden Fall ein Update da lassen. Das war es von mir, wir hören uns dann entweder später nochmal oder dann erst morgen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.